google perplexity oder chatgbt womit suchst du denn heutzutage im internet was ist der unterschied bei diesen drei tools und wie sehen denn ihre ergebnisse aus genau das schauen wir uns heute einmal an und vergleichen sie einfach mit ein paar fragen ich bin kathie und ich zeige dir wie einfach die welt der künstlichen intelligenz ist in einfachen worten und mit beispielen aus dem ganz normalen alltag damit du am ende dieses videos weiß welches tool ist denn das richtige für eine internetrecherche schauen wir uns heute einmal an was ist denn der unterschied zwischen google perplexity und chatgbt lassen sie dabei einfach mal bei drei kleinen fragen gegeneinander laufen und werten die ergebnisse aus ich gebe dir wie immer tipps für bessere antworten ein fazit wann welches tool jetzt am besten geeignet ist und habe am ende wie immer einen kleinen bonus mit einer sonderanwendung bevor wir in die beispiele und den vergleich eintauchen schauen wir uns aber die drei tools ganz kurz noch einmal an google ist die klassische suchmaschine du gibst ein keyword oder schlüsselwort ein und sie liefert dir eine lange liste an webseiten mit informationen die du selbst durchsuchen und bewerten kannst das bedeutet auf der einen seite viel klickerei und zeitaufwand kann aber auch sehr hilfreich sein wenn du spezifische oder umfangreiche informationen suchst perplexity ist eine suchmaschine die von der künstlichen intelligenz unterstützt wird und diese gibt dir sofort eine zusammengefasste antwort und die dazu verwendeten quellen auf deine frage das spart zeit und gibt dir gleichzeitig die möglichkeit diese hinterlegten quellen ja auch noch selber zu recherchieren und durchzulesen perplexity ist aus meiner sicht daher besonders gut zu schnellen faktenbasierten fragen zu aktuellen themen chgbt dagegen ist ja eher eine digitale assistenz der dich bei zusammenfassung von texten oder bei der erstellung von texten unterstützt aber mittlerweile ja auch direkt an das internet angeschlossen ist und somit als suchmaschine benutzt werden kann anders als bei google oder perplexity muss man diese funktionen aber immer dazu schalten wenn man das tut bekommt man aber auch eine saubere internetrecherche mit quellenangaben so steigen wir ein und stellen noch allen drei tools einmal die erste frage und schauen wie sich die antworten gestalten beginnen wir mit google und fragen nach google welches ist das beste reiseziel im mai und wie wir das von google kennen bekommen jetzt viele seiten mit links ins internet wo wir reisen vergleichen können zu blogbeiträgen die über die gute reisezeiten schreiben und alles erdenkliche die können wir jetzt durchklicken da können wir uns informieren da können wir uns unsere informationen zusammensuchen schauen wir weiter zu perplexity perplexity sammelt die ergebnisse zusammen und gibt uns eine strukturierte antwort zum beispiel für europäische reiseziele wie madeira oder griechische insel mallorca oder auch fernere ziele die firma gut sind städte reisen das gute bei perplexity finde ich immer sind unten die was menschen auch gefragt haben weitere möglichkeiten der fragestellung das inspiriert so ein bisschen die nächste frage zu stellen und oder in dem thema ganz einfach ein bisschen weiter zu gehen und sich tiefer damit zu beschäftigen hier oben listet perplexity dann auch noch alle quellen auf wo sie diese informationen die sie so schön zusammengestellt hat gefunden hat so gehen wir weiter zu ggbt bei ggbt haben wir die bekannte oberfläche müssen jetzt hier aber einmal die internetsuche noch einschalten und starten los hier bekommen jetzt ein ähnliches bild wie bei perplexity nämlich eine strukturierte zusammengefasste antwort mit informationen zu den einzelnen reise zielen allerdings nicht ganz so strukturiert wie perplexity die das ja noch geteilt hat in ja das sind fernziele das sind europäische ziele oder städtereisen finde ich jetzt nicht schlimm und auch hier wie bei perplexity listet gbt die quellen auf wo er die information her hat schauen wir uns eine nächste frage an die für mich eher tatsächlich eine frage mit künstlicher intelligenz ist weil sie einer erklärung bedarf beginnen wir wieder mit google und fragen google doch mal ich brauche eine einfache erklärung für den treibhauseffekt hier liefert google ganz kurz eine erklärung eine zusammenfassung was der treibhauseffekt ist dann mittlerweile auch weiterführende fragen zur inspiration falls du tiefer in das thema einsteigen möchtest liegt dann los mit diversen links unter anderem heutzutage auch zu youtube weil es natürlich unheimlich viele youtube videos gibt die diese frage auch erklären schauen wir uns an was perplexity macht perplexity liefert eine kurze strukturierte antwort in der ich aber auf bestimmte begriffe weitergehen kann um mir dann die einzelnen begriffe noch einmal näher erläutern zu lassen und habe da dann auch wieder die quellenangaben zu den inhalten und auch hier wieder weiterführende fragen das heißt perplexity geht schon sehr tief und leitet mich weiter und gibt mir aber auch auf den weitergeleiteten seiten gleich wieder zusammengefasste informationen und fakten wie schaut es denn bei chat chp t hier muss ich als allererstes wieder die internetsuche anschalten und und bekommen hier so wie wir das von chat chp t gewohnt sind eine kurze und einfache einführung in das thema eine kurze und einfache antwort in dem fall weil wir die internetsuche angeschaltet haben auch mit den links zu den quellen schauen wir uns eine letzte frage an was nun mal wirklich eine frage für eine künstliche intelligenz ist weil sie dabei nämlich kreativ werden muss fragen wir doch mal als allererstes wieder google was kaufe ich heute abend aus kartoffeln und spinat hier verlinkt google auf internetseiten wo es diverse rezepte gibt macht auch hier oben gleich direkte vorschläge zu den zutaten und im unteren bereich so wie wir das von google kennen viele viele seiten mit ganz vielen vielen leckeren rezepten schauen wir weiter und gucken mal was perplexity mit der frage macht da sehen wir oben als allererstes so wie es gewohnt sind mittlerweile die quellenangaben wo perplexity seine informationen herzieht ganz klar rezept vorschläge mit den dazugehörigen zutaten mit der zubereitung so wie wir das kennen und ganz unten auch wieder inspiration mit weiterführenden fragen schauen wir uns zum schluss jetzt noch mal an was macht chat chp t schalten dazu auch gerechterweise das internet wieder ein und lassen ihn loslaufen in diesem fall leitet uns chat chp t in das internet auf seiten die genau mit diesen zutaten rezepten haben und interessanterweise für mich macht jetzt nicht rezept vorschläge mit zutaten mit zubereitungszeit so wie wir das ursprünglich von ihm gewohnt sind wenn er keinen internet zugang benutzt ich muss schon sagen ich finde es immer wieder interessant wie unterschiedlichen auch wie unerwartet für mich chat chp t immer mal wieder reagiert aber was sagt uns dieser kurze test jetzt ganz einfach google ist einfach eine wunderbare plattform wenn du selber recherchieren willst die links haben möchtest wo sich die informationen befinden und einfach zeit und lust hast und auch tief einschränken willst und dir die inhalte wirklich selber arbeiten möchtest perplexity finde ich genial für kurze zusammenfassungen wirklich schon das thema strukturiert aufgearbeitet mir aber doch alle quellen an die hand geben dass ich selber weiter recherchieren kann und auch unten die inspirierenden fragen finde ich gut chat chp t muss ich ehrlich sagen mit der internetsuche ist das für mich noch so ein bisschen ich weiß nicht ich traue ihm da nicht so ganz so richtig und ich bin antworten gewohnt die dann irgendwie anders aussehen also ich tue mich persönlich da im moment noch etwas schwer mit an dieser stelle habe ich eine frage kennst du perplexity schon und benutzt du das tool oder hast du interesse daran dass wir in das thema einmal näher einsteigen und ich dir das etwas genauer erkläre schreibt mir das doch bitte einfach gern in die kommentare möchtest du wissen wie ttp tt dir dein leben weiter erleichtern kann dann schaue in die beschreibung weil da habe ich dir ein dokument verlinkt indem ich dir eine kleine einführung in das thema gebe und dir aus neuen lebensbereichen zu jeweils zwei themenbereichen proms zur verfügung stelle die du einfach nur kopieren muss damit du sofort loslegen kannst schauen wir uns doch jetzt aber trotzdem noch mal ein paar tipps an wie du aus allen drei tools die besten antworten erhältst google ist an der stelle einfach auch anders zu bedienen als zum beispiel perplexity oder aber auch jgbt weil google mit stichworten arbeitet oder mit keywords arbeitet und die künstlichen intelligenzen hinter perplexity und auch jgbt halt mit sprachmodellen das heißt mit mit denen kannst du ganz normal sätze formulieren als wenn du einen freund fragen würdest was halt bei google nicht möglich ist aber schauen wir uns das trotzdem an wie kriegst du gute antworten aus google indem du spezielle suchbegriffe verwendest um wirklich präzise antworten zu erhalten setzte anführungszeichen zum beispiel um eine wortgruppe wie beste reise ziele im mai um genauere treffer zu landen und nütze filter wie zum beispiel letzte woche für aktuelle informationen was ist denn jetzt bei perplexity der knifft dabei stelle konkrete fragen damit die künstliche intelligenz die eine präzise antwort mit relevanten quellen liefern kann achte auf die angegebenen quellen und überprüfe sie wenn es um wichtige und wissenschaftliche themen geht aber das machen wir ja sowieso bei jeglicher künstlichen intelligenz und bei tgbt formuliere deine frage so detailliert wie möglich um bessere antworten zu erhalten zum beispiel anstatt erkläre den treibhauseffekt lieber erkläre den treibhauseffekt in einfachen worten für kinder so bekommst du auch eine leicht verständliche antwort willst du es wissenschaftlich haben dann sag sie mal einfach stellen jedoch allen drei tools jetzt am ende noch mal eine spezialfrage nämlich eine logik frage was ja im normalfall eine spezialität von gpt ist und schauen doch mal was da so rauskommt google führt in gewohnter manier auf verschiedene seiten die diese logik frage beantworten und auch hier gibt es in dem fall keine zusammenfassung keine eigene zusammenfassung die ich schon mal sehe sondern wirklich nur die links auf die eigenen seiten schauen wir uns an was perplexity damit macht daran erkennen wir dass perplexity eine künstliche intelligenz dahinter hat er fängt nämlich an zu suchen er schaltet eine prosuche dazu und versucht die aufgabe zu lösen bzw kann sie natürlich auch lösen und löst die aufgabe gibt uns auch unten wieder weiterführende fragen an und macht das am ende sehr gut so gpt geben wir die gleiche aufgabe ohne das neue tiefe denken mal dazu zu schalten jetzt haben wir gesehen perplexity hat das automatisch dazu geschaltet braucht also da offensichtlich hinten etwas unterstützung gpt ist da recht schnell und zeigt uns das ergebnis in kurzer zeit an wie sieht denn nun mein fazit aus wann nehme ich denn nun welches tool her um im internet zu recherchieren ich muss sagen wenn ich ganz genau weiß was ich will wenn ich im prinzip schon die richtung weiß und auch die seite so ungefähr weiß bin ich immer noch mit google am schnellsten also dann gebe ich das stichwort ein sehe die links und kann sofort rauf und mir die informationen einfach rausholen ist es ein thema wo ich naja sage da brauche ich ein paar mehr informationen da bin ich eher blank das würde ich gerne zusammengefasst haben ist für mich perplexity das tool der wahl weil ich das unheimlich schön finde wie das zusammengefasst wird um diese quellen auf wie die aufgeführt sind dass ich da reinsteigen kann und was mich tatsächlich oft inspiriert sind doch unten diese fragen was andere fragen menschen gefragt haben oder wie auch immer man das nennen will um in dem thema weiter zu bleiben und weiter einzusteigen gpt für das internet für die internetrecherche ich muss ganz ehrlich sagen für mich ist es nix also da ist mir das ist mir zu mal so mal so mal kriege ich eine antwort mal kriege ich nur links für mich ist gpt das tool der wahl wenn ich texte erstelle wenn ich ein coaching haben will wenn ich sprachen lernen will wenn ich rezepte brauche weil das einfach diese kreativität hat alles was dieses sprachmodell dahin wirklich extrem gut kann sauber im internet recherchieren für mich noch nicht so richtig wie schaut es denn mit dir aus mit welchem tool recherchierst du denn im internet nimmst du noch google oder bist du auch schon bei perplexity für welche anwendung nimmst du es denn kommst du besser mit gpt im internet zurecht als ich es würde mich sehr interessieren und schreib mir doch deine erfahrung gern in die kommentare hat dir mein video gefallen dann lass doch gerne ein like da und abonniere meinen kanal eine glocke damit du keine nützlichen tipps mehr verpasst wie die dir künstliche intelligenz das leben erleichtern kann für heute sage ich danke und tschüss